So, höre ich links. Ja, ja, so was ich finde, ich weiß. So, höre ich links. Stimmt's doch nicht so schnell. Sonst geht's nicht so schnell. So, ich neile in Dosen. So, ich stehe ein bisschen auf Dosen. Genau. Bis zur neile in Dosen. Das sind die Dosen. Lauf nicht. Hey. Ah, jetzt muss ich kurz... Ja, hey. Ich finde ja alles einfach nix zu schweißen, so gar nicht schön. Das sind die Wiese aber in Erinnerung. Ah, hab ich jetzt drum herum gespeichert. Auf alle Fälle mache ich hier gleich nen Save. Es trifft dich wie ein Schlaghaus. Du realisierst, dass der Wagen Mary gehört. Dann siehst du die Sanitäter in deinem Körper aber halt in Panik steigt die hoch, während du zum Krankenwagen rennst. Ähm. Ja, hör mal später. Oh nein, denkst du? Das kann einfach nicht sein. Nicht Mary. Ähm. Das ist schon... Das ist hier ein bisschen time-sensitive. Ich muss, glaub ich, das Armband nehmen. Ähm. Patrick. Genau. Ja, das Wichtige ist, dass ich das... Ach, Mann. Dass ich das Armband nehme. Ja, blöd. Da packen oder so, aber das ist... Dann fällt es, was ich als Kette herausstelle aus Marys Hand. Du schaust die zerrissene Kette ab und überlegst, Mary muss sie den Angreif von Halsgrenzen an. Du überlegst weiter. Ich frag mich, ob sonst noch etwas an dieser Kette war. Wir sind bereit, wenn sie mitkommen wollen, steigen sie besser ein, Officer. Ähm. Du sprichst in den Krankenwagen und gibst dem Spitalkode 3 durch. Ähm. Moment, ich muss kurz was gucken. Wegen den Punkten wieder. Du sprichst in den Krankenwagen und gibst dem Spitalkode 3 durch. Das habe ich, glaube ich, irgendjemand nicht gehört. Was geht da so weiter gleich? Als ihm endlich erlaubt wurde, Mary zu sehen, bleibt Sonny bis zur Morgenlämmerung und hält ihre Hand. Er hofft, irgendeine Anzeichen zu sehen, dass sie zu ihm zurückkommen wird. 4.12 Uhr Officer Bons, ich bin Dr. Wagner, der hiesige Neurochirurg. Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass der Zustand ihrer Frau immer noch ernst ist. Sie leidet unter dem Folgen der inneren Verletzungen, die ihr durch die mehrfachen Stichwunden zugeführt wurden. Wie lange es im Koma bleibt, weiss nur der liebe Gott. Was sagt der Arzt? Na gut, Koma. Nach meiner Erfahrung ist die Anwesenheit deiner geliebten Person ein unterbewusster, starker Antrieb für den Patienten aus diesem Koma zurückzukehren. Wir tun für ihren physikalischen Zustand alles, was wir können, aber sie sind der Einzige, der sie jetzt erreichen kann. Sergeant Bons, Sie sehen müde aus. Sie sollten wirklich nach Hause gehen und versuchen, sich ein bisschen auszuholen. Es gibt nichts, was Sie meinen für Ihre Frau tun können. Wir können uns alle über die Tatsache freuen, dass Meri am Leben ist. Ja, gut, ja. Wenn es ihr gut ging, würde es Sonne wahrscheinlich doch ein bisschen mehr freuen, aber... Arzt sagt, was sein muss. Ich glaube, momentan können wir, glaube ich, wirklich noch nichts machen hier. Können Sie mal anschauen. Ja, schöne Grafik. Deine geliebte Frau liegt bewegungslos im Koma. Du wünschst es dir, es gäbe einen Weg, um herauszufinden, was sie gerade denkt, was sie noch denkt. Äh, ja, was hat man hier gerade... Die Digitalansage zeigt Meris Infusions... Was? In... So... In... Infusomat... In... Äh, Infusomat-Dosierung. So schwer heisst es eigentlich nicht. Der EKG-Monitor registriert die Herzschläge deiner Frau ist ein konstanter Piepturm. Gib dir wenig, gib dir ein wenig, Toast. Da hat er rote Button. Das ist der Rufknopf. Du drückst auf den Rufknopf und hoffst, dass die Krankenschwester bald kommt. Ja, wir drücken den Rufknopf noch ein paar Mal mehr. Sogar noch eine kleine Animation, aber ja. Mary, bitte komm zurück, Lieben. Ich kann ohne dich nicht leben. Es fällt dir schwer, dich zu rumzuhören. Ich... Ich muss jetzt gehen, Liebling. Du brauchst deine Ruhe. Es war eine hektische Nacht. Du bist sanft und eine Frau und erhoffend, dass irgendein Teil von dir... Dich... Was? Dass dich irgendein Teil von dir hört. Gut. Ich glaube, dass... Es gab wieder Punkte noch. Und, 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 und. Ja, komm, die Krankenschwester, bauen sie irgendetwas solchen bei uns. Wir haben keine Veränderung festgestellt, aber ich denke, sie freut sich immer wieder. Äh, wie immer, dass sie hier sind. Ja, es ist halt auch schon spät. Gut, 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 dann. Diesen wir mal ab, weil wir können ja nichts machen. Götte, nee, ist ja nicht mal ihre, ne? Ja, und wie du sagst, ist gut, dann. Es gibt den Schrecken nicht, was für dich nützlich sein könnte. Du bist mir auch immer zu beunruhigt, dass du daran denken könntest, dich zu setzen. Du kannst die Arzneimittel nicht selber ändern. Ach, du kannst schon, aber lass den Monitor in Ruhe. Er wird das Personal alarmieren, wenn sich der Zustand formell verschlechtert und so. Das ist der Platz, in dem der Arzt die Krankenblätter der Patienten hinhängt. Gut, gut, gut. Gibt hier nix mehr zu tun. Ich krieg den Bastard, der das getan hat, Liebling, ich schwöre es. Yes. Während dich ein Kollege zu deinem Wagen zurückfährt, welcher noch beim Einkaufstentum steht, kämpfst du damit, dich nicht auf deine Wut, dein Kummer und den Sinn oder Gewalttätigkeit zu konzentrieren und versuchst, an etwas anderes zu denken. Dein Schluss daraus ist, dass du den Abschaum finden und kreuzigen willst, der deine Frau verletzt hat. Kreuzigen. Heu, 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 heu. Irgendjemand da draussen hat den falschen Mann ausgesucht, um sich die Wagen anzulegen. Ja, was kriegt der echt nach dem Kreuzzug hier? Ah genau, jetzt müssen wir hier mit diesem Typ reden. Sieht so aus, als ob noch jemand ins Grasgewissen oder nicht. Ich habe gehört, dass sie überhaupt bevor das Opfer weggebracht wurde, haben sie irgendwelche Worte der im sterben liebende Person gehört. Jetzt muss ich mit dem reden, als sonst auf deinen Schweigenhantrag sagt der Reporter. Nun, wenn sie nicht mit mir sprechen, werde ich mit dem Funktionen untersuchen. Hör mir gut zu, du kleines Blutzeuges Stück Dreck, das Opfer meiner Frau, ihr seid alle gleich. Ui, seid bitte. Und jetzt verschwinde von hier, bla bla, ich werde eurem Blatt gleich ein paar Einzelheiten geben, alles darüber will ich dein Gesicht zurückdrehen. Was? Zurückrücken werde? Zurechtrücken? Ach Gott, ja. Ah, es tut mir leid, versuche nur Fakten zu bekommen. Ich dachte plötzlich, liebte diese Entlocke an deines Gesprächs. Das will ich die Dinge nicht zu ernst nehmen. Sie wissen, was ich meine. Hier ist meine Karte und sonstiges Gewäsch. Officer, rufen sie mich an. Nochmals tut mir leid, wegen ihrer Frau. Ja, wenn es nicht immer zu schnell wäre, würde ich sie auch richtig vorlesen, aber meistens kriege ich sie sowieso nicht hin. Du hast dich wegen deines Ausbruchs einen Moment einschlicht das Gewissen und sagst beinahe, Danke, aber glücklicherweise geht es mir schnell so rüber. Genau, denn jetzt ist der Moment... Verdammt, ich habe meine Waffe liegen lassen im Nuckel. Ähm, ja. Gut, ich könnte den sowieso nicht über den Hör aufzuwissen. Ich hoffe, das hat keine Minuspunkte überwacht. Vielleicht sind das jetzt die Punkte, die mir fehlen, weil ich die Waffe liegen lassen habe. Ja, ich hoffe es nicht. Gut, dann werden wir den Tatort mal absuchen. Und zwar werden wir jetzt das klassischste aller Adventure-Rätsel lösen. Und zwar benutze Batterien mit Taschenlampe. Ja, okay, benutze Bezieh-Mik-Ketten-Säge, ist auch klassisch. Aber kommt wirklich alles gleich heraus, ja? Dann wird die Taschenlampe... Du schaltest deine Taschenlampe ein und beginnst die Not des Geschehens abzusuchen. Right. Und das sehen wir hier. Oh, da glänzt doch was. Nochmal. Was ist denn hier falsch da? Glänzt doch was. Stopp. Stopp. Ach du Hirni. Ja gut, man kann es glaube ich auch so nehmen. Du hebst die Gegenstand auf, dass sie als Medaillon und Puppe am näheren Hinsehen bemerkst, was eine Bronzer-Stern-Kriegsmedalle ist.